Heute habe ich wieder einen gesunden Abendgruß für euch mit einem Text von Rudolf Alexander Schröder. Heute habe ich wieder einen gesunden Abendgruß für euch mit einem Text von Rudolf Alexander Schröder. Heute habe ich wieder einen gesunden Abendgruß für euch mit einem Text von Rudolf Alexander Schröder. Heute habe ich wieder einen gesunden Abendgruß für euch mit einem Text von Rudolf Alexander Schröder. Heute habe ich wieder einen gesunden Abendgruß für euch mit einem Text von Rudolf Alexander Schröder. Heute habe ich wieder einen gesunden Abendgruß für euch mit einem Text von Rudolf Alexander Schröder. Rudolf Alexander Schröder